Ich bin langsam skeptisch. Also ich versuche wohl meinem Körper die Flamme zu halten. Das ist Grillen am Limit, Leute. Hier haben wir eine schöne Forelle. Was wir jetzt mit diesem Frisch machen, ist, dass wir diese Kartoffeln einfach ins Innere reindrücken. Ich schneide die gleich etwas kürzer. Die Kartoffel ist in dem Moment quasi wirklich nur eine Stütze. Ich grille auch bei schlechtem Wetter mit euch. Also ich versuche wohl meinem Körper die Flamme zu halten. Das ist Grillen am Limit, Leute. Jetzt ist die Forelle gut durch. Die habe ich mir jetzt auch verdient.